So, hallo, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kartell Tycoon. Ja, in der nächsten Folge wollten wir hier so ein Gebäude bauen. Ich kann das gar nicht auswählen. Ich kann das gar nicht auswählen. Aber eine Transport-Kompanie kann nicht mehr Geld. Es ist eine Politik oder so. Du musst einen Lieferanten benutzen, und zu transportieren, zu der Taxi-Kompanie. Oh, ich wundere, wer wird mit dem Job enden? Responda, bitte. Achso, ich hätte hier drauf klicken müssen, die Vollonk. So, jetzt wird's auch gebaut. Gucken wir mal hier. Exzellente. Jetzt kannst du Geld auswählen. Nun kannst du Geld waschen. Verwende deinen Leutnant um 2.000. Ah, okay. Okay. So. Den sauberen Taxi-Unternehmen um. Oh, 1.500. Okay. 1.500 haben wir dann schon. 1.500 haben wir dann schon. Los, kommt. Hopp, 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 hopp. Hm. Hm. Komm mal. Escucha. Fahr mal wieder hier hin zurück. Lieber mal kurz 2.000 Dollar da hin. Und die ich hier fahre noch fleißig. Geld wäre für 3 abgeschlossen. To automate the movement of money, you'll need to build a residence. I've marked another area on your map, where you could build it. After that, you can stop any ongoing lieutenant deliveries of dirty money using the Stop Delivery Command. Ein bauer das Wohnhaus innerhalb des markierten Bereichs zwischen dem Dorf und dem Flugplatz. Belieferung abbrechen, kannst du alle Lieferungen schwutziges Geld stoppen, die gerade von Leuten dann durchgeführt werden. Hä? Was? 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 Was ist das ein? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lege den Flughafen like zusätzlich die Verbindung für das Wohnhaus fest. Geldwäsche 5, abgeschlossen. Oh, langsam läuft es doch hier. Jetzt kannst du die Wohnzimmer nutzen, um schuldige Geld aus dem Aeronautom zu transportieren. Bist du Reisen durch die hochgeladenen Umgebung, um die Stadt zu verbinden, die Wohnzimmer und den Aeronautom zu verbinden. Seht auf der Variante seines alten Hauses und legt einen Arm auf die Schulde seines Lefens. Was? Was steht das Lefens an genau? Oh. Okay. Okay. Ich werde dich nicht enttäuschen. Okay. 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 Dann, build roads to connect the new warehouse with the road leading to the residence. Um eine neue Lagerhalle in Reichweite des Wohnhauses zu bauen. Reichweite meines Wohnhauses zu bauen. Hier. 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 Dann, Giving all the house long now. Die gedrasse. Hier. holes Here. Laut. Hier. Oh, hey. So. Dieses Wohnhaus, wenn man sich das mal anguckt. Build one new transport company within range of the residence and the warehouse and make sure to build roads to connect the transport company with the road leading to the residence. Last time with the roads thing, I promise. Okay. Verwende, schmuck sich das Geld um eine neue Spediktion, Reichweite des Lagers. Ah, okay, noch eine Spediktion. Die Spediktion, die könnten wir dann gut hier hinbauen. So. So. With your dirty money production chain good to go. All that's left to do is set the aerodrome as an additional connection for the new transport company. And watch the money roll in and out again. Gibt 30 spucksiges Geld für die Instandhaltung aller neuen Gebäude innerhalb des Wohnhauses aus. Ja. Okay. Vier haben wir schon ausgegeben. 3x23 haben wir jetzt schon ausgegeben. Ach komm, ein bisschen fehlt noch. Ganz bisschen. Na. Wirk's bald. Ah. Wirk's bald. Genau. Hier steht hier gerade ein Anderein. Ansehen dieses Imperium, oder? Oh, ja. Ähm. Ankel? Ankel? Der Büro dann schlägt mit einer Hand auf den Schreiber und wirft. So. Hey, was ist das Ding? Lachen aus. Ist das ein Empire? Dios, Mio. Auch deine Tata hätte aus dem Schreiber bekommen. Das denkst du ein Imperium? Dios, Mio. Der hätte sogar dein Tata seinen Spaß dran gehabt. Was soll das denn bedeuten? Ein paar Farms, ein paar Währhauses und eine Taxi-Kompany machen kein Empire, Sobrino. Machen auch kein Imperium. Was? Einige Farmen. Einige, wahrscheinlich. Einige Farmen, ein paar Lagerhäuser und ein Taxi-Unternehmen machen auch kein Imperium aus. So. Deine nächste Lagerhäuser wird in der Expansion sein. Und nicht ein Moment zu früh. Ich habe mich als ein Monke in einem verdammten Bonsai-Tree hier gefüttert. Und das kein Moment zu früh. Ich habe mich hier unten nämlich schon gewaltig wie ein Affe in einem verdammten Bonsai blühen. Kein Entschuldigung, Uncle. Alles klar. Wir müssen die Gang, die die Kapitale-City in der Region, die wir kontrollieren wollen. Zuallererst müssen wir die Bande ausschalten, die in der Hauptstadt in der Region das Sagen hat, die wir kontrollieren wollen. Oder sie werden eines Tages ein wenig zu mutig und greifen unsere Gebäude wieder und wieder an. Wir sollten solche Nachbarn loswerden und die Stadt für unsere Ziele freimachen. Und dafür brauchen wir noch einige helfende Hände. Mindestens. Du kannst einen neuen Lieutnanten an der Region. Öffne die Region und schreibe... Hm. Wie der aussieht. Dieser Kerl... Was steht da? Dieser Kerl ist so groß und bedrohlich, dass seine Anwesenheit schon oft ausreicht, um Gegner zu unterdrücken. Okay. Sein kalter, durchdringender Blick ist bekannt dafür. Der Kerl selbst hat gesottene Kriminelle in die Knie zu zwingen, um sie vor Angst zittern zu lassen. Es ist allerdings besser, wenn jemand anders das Reden übernimmt. Ah. Oni Quintero. Meanwhile, your old friend has gained enough experience to rank up. Why don't you open his profile and promote him? What about the large race too? And a company car. Too much? Too much. Got it. Okay, dann muss ich mal kurz sein Profil suchen. Preparado. So. So. It's time. Order your capo and two lieutenants to move together to the enemy city of Rogandis. This will start a war for the city, causing an increase in terror. If a building becomes too full, it will draw the attention of the authorities. To avoid the aerodrome overflowing, turn off opium farms connected to it. Oh. So. Oh. So. 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 So you can do it. Die aus und dann noch die. Preparado. Preparado. Achso, meinem Kapo, ah. Okay, okay, wir haben ein... Ist das 1.000? Ja, also eine Million sauberes Geld haben wir jetzt. Wir sind im feindlichen Gebiet. So, ihr habt gegründet eure Haus. Aber gute Glück zu kaufen eine Haus in dieser Ekonomi. Am ich richtig, Digo? Es ist wahrscheinlich besser, nur auf das, was ihr habt. Was? Ah. Der Krieg ist ausgebrochen. Hm. Huh. Die Krieg werden wir auch schon gewinnen. Die Krieg. Die Krieg. Die Krieg. Die Krieg. Andere. wir speichern gerade mal vorsichtshalber oh yeah see oh you heard correctly i'm just a steady hand the boy is pulling his weight i don't think we're quite there yet he still has that fine head of hair after all it was the stress that took yours no then again i don't remember you ever having that much hair must be from his mother's side me no hermano this is a choice oh hold on he's here is everything okay maurice you're sweating like a fox caught fucking in a forest fire it's the police uncle they want to take one of our buildings don't tell me you're sweating over los tambos so what they will put some tape around a building block some road get some money in the right hands and we'll be cutting that tape off to applause like we're opening a children's hospital oh god so the authorities are going to notice okay in these situations we make use of our new friend the mayor the mayor would just help us like that we'll put up a new casino in the city and when the public loyalty is high we'll ask the mayor for a favor with enough knowledge he can keep the authorities off our backs comprende young capo you hear all that see a little while to go yet but he's getting there okay we need also a casino i hate to say i told you so due to the current terror level police have arrested one of your farms looks like the federales wanted in on the fun too they've blocked the road with a cordon wait for the arrest time to end or open cordon and bribe to remove it early okay hmm okay okay ein bisschen mehr ein bisschen mehr oh Unless you keep your loyalty up, you'll lose control of an unoccupied city over time. Move any Lieutenant or Capo inside the city to prevent the Cartel from losing control of it. Ich kann nur bewegen, einen Leutnant oder Capo in die Stadt zu behalten. Ah. Okay. Dann bewege ich mich natürlich dahin. Musik 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 die beiden leuten angst bleiben erstmal noch da hinten was ist denn hier eigentlich richthausen militärbasis was kommt denn hier noch alles wenn wir wollen das in die future we should think about investing in our image open shop arisha's building menu and build a casino in the city we can use loyalty buildings like the casino to increase our loyalty makes sense right loyalty is the general public opinion of your cartel and a powerful tool to have in your arsenal genau wir sollen casino bauen damit unsere moralität oben bleibt oder noch höher geht aber das würde ich sagen machen wir in der nächsten folge dann würde ich sagen bedanke ich mich fürs zuschauen lasst ein abo und ein like damit es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten video wieder schickowski